Naja, wie das Schicksal so will, habe ich gerade vergessen, ach jetzt erstmal herzlich willkommen zu Let's Play Zufall Schach, da habe ich gerade vergessen den Aufnahmeknopf zu drücken und ich wollte euch mal kurz diese Partie zeigen hier, also er hat hier mir das ganze Zentrum gegeben, so, nur im Schnelldurchlauf, jetzt G5, das war die kritische Stellung und hier meine ich, dass ich nicht die beste Fortsetzung gewählt habe, mit G6, tun wir F3, um halt Schach zu geben und E6, jetzt dachte ich eigentlich, dass er matt wird, aber ich habe hier kein Internet matt gefunden, ich habe das auch schon analysiert, also persönlich jetzt nicht mit Engine, nur kurz nach der Partie und Ja, wenn er jetzt hier nicht B5 spielt, wüsste ich nicht, wie ich weiter vorsetze, aber er hat dann B5 gespielt und hier habe ich ein cooles matt gefunden, wenn er wollt, könnt ihr mal eben kurz selber nachdenken, was ich hier gespielt habe, weil jetzt kommt die Auflösung, Turm A7, eigentlich recht cool, so ein matt Naja, so jetzt aber zu einer neuen Partie Wir lassen uns nämlich nicht beirren von so einem Fehler meinerseits So, wir haben Schwarz, er spielt E4, Springer A6 und jetzt könnte ich eine Figur verlieren, oder nicht? Springer E4 auf jeden Fall, okay, ich verliere doch eine Figur Ja, das ist ja super, geht ja schon mal wieder gut los Dann lass uns das Zentrum erobern Das sieht schon wieder nicht gut aus Ja, wenn ich auch meine Figuren sehr aktiv stelle, kann ich das halten Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen aggressiver werden Ein bisschen aggressiver, wir spielen übrigens gegen Staufer 2028 Und wir müssen auf jeden Fall auf Zeit spielen Das ist auch noch ein wichtiger Faktor Ich warte auf den ersten Fehler, Staufer Naja, überlege ich das lange Hochade, C4 Oder C3 Das sind die einzigen Züge, die Sinn machen, weil da muss die Dame dann rauskriegen, wenn er lange hochieren will Läufer C3 echt Okay, jetzt spiele ich jetzt erstmal F4, oder? Ah Ne, erstmal entwickeln Ah, möchte doch lange hochieren, das ist nicht gedacht Noch dann jetzt nach D4, ist dann nicht der Läufer weg, so ein bisschen Ich glaube, der ist weg Weil der Läufer A und B6 Haben wir die Figur schon mal wieder ausgeglichen, das ist sehr gut Okay, wir sind aber immer noch ein Bauer Runter, aber dafür haben wir das Läuferpaar Also ich finde meine Stellung jetzt besser als seine Haben zwar eine Figur verloren, aber Okay, C6 wollte ich eigentlich sowieso spielen Ähm, ja Natürlich jetzt auf die Tricks aufpassen von ihm Jetzt müssen wir erst G6 spielen, damit wir Läufer F7 spielen können Tja, lasst uns nichts anderes übrig Moment, der hat vier Möglichkeiten Also ich würde mit dem Turm nehmen, oder mit der Dame Oh, mit dem Springer nimmt er Greift natürlich D4 an Ja, Dame B6 ist noch mit Angriff Angriffszüge gefallen mir dann immer am besten Später B3, aber dann habe ich Läufer B4 Ja, mein Läuferpaar ist jetzt am dominieren Und sein Einzug hier in mein Mein Gebiet, das bringt ihm glaube ich nichts, weil Er hat keinen schwarzen Läufer mehr Dame F6 spielt einfach Dame, äh, Läufer C7 Springer F4, wow Wow, wow Fressen wir weiter Jetzt gewinnt ich doch eine Figur, oder nicht? Eine Figur gehört mir Das ist auch lustig Dame B2, Dame C2, Dame D2 Und Dame B2 Bauer gewonnen, Dame C2 Bauer gewonnen, Dame D2 Figur gewonnen Das ist cool Der hat nichts dagegen gemacht Okay Das war strange Er hat einfach nichts dagegen gemacht Okay, wir haben eine Figur verloren Und wir haben eigentlich Ja, weiß auch nicht Zum Glück haben wir die F4 gespielt Weil sonst wäre das gar nicht zustande gekommen Mit seinem Figur Patzer da Ja gut, wenn er hier hingeht, habe ich B6 Auch weg Das heißt, der hat die Figur direkt geopfert Dass er noch einen Bauern mehr hat, wenigstens Ach, hat er gar nicht Ich habe ja auch einen Bauern gekriegt, sorry Was auch mal ein cooles Motiv ist Sagen wir mal, ich hätte jetzt B6 gespielt Nur, und der Turm hängt nicht Aber Turm E1, Turm B8 Und das ist hier ein cooles Motiv Turm E6, Läufer D5 Wenn ich den dann decke Ich kann ja nicht aus der Fessel rausgehen Das ist eigentlich ein cooles Motiv Turm E8 Jetzt kann er nochmal rausnehmen Zack, zack Und nochmal Dame E2 spielen Jetzt kann er erst wieder nehmen Ein cooles Motiv Oder halt er wartet Er kann auch noch warten Springer H5 kann man noch spielen Ah Oh, das ist heftig Jetzt muss ich wegziehen Springer F4 Und jetzt ist Total verloren Also diese Motive, die sind cool Nur um die mal zu zeigen Ich bin so ins Auge gesprungen Als ich hier G6 gespielt hatte Als ich C6 gespielt hatte Um das zu ver... Dass ich das automatisch damit verhindert habe Ja und hier Dame B2 Dame C2 Dame D2 Aufgabe So nach dem Motto Und das hier ist matt Alles klar Ich bedanke mich fürs Zusehen Ich hoffe es hat euch gefallen Und ich freue mich Wenn ihr am nächsten wieder dabei seid Bis zum nächsten Mal Haut rein Ciao